Sei herzlich gegrüßt zu einem Crashkurs, der sich beschäftigt mit dem Vertrag über digitale Produkte, geregelt in den Paragrafen 327 fortfolgende BGB. Was ist passiert? Der Gesetzgeber musste eine europäische Richtlinie umsetzen und hat in Umsetzung dieser Richtlinie neue Vorschriften in das BGB eingefügt, nämlich in den 327 fortfolgenden. Das Ganze mit Wirkung zum 01.01.2022 und das stellt uns vor, die Situation ganz schnell einen Überblick über diese neuen Vorschriften gewinnen zu müssen. Das machen wir gemeinsam. Fangen wir mal an und schauen uns zunächst an, warum das ausgerechnet genau an dieser Stelle im Gesetz geregelt ist. Böse Zungen behaupten, deshalb, weil da gerade eine Vorschrift frei geworden ist mit 327 BGB, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Schlag mal das Inhaltsverzeichnis des BGB auf. Ganz grob bewegen wir uns im zweiten Buch im Recht der Schuldverhältnisse und dort dann im Abschnitt 3, nämlich mit demjenigen Abschnitt, der sich mit den Schuldverhältnissen aus Verträgen beschäftigt. Es geht also um das Vertragsrecht. Aha. Und da ist nun mit dem Titel 2a ein neuer Abschnitt im Gesetz geschaffen worden und der beschäftigt sich mit Verträgen über, so der neue Begriff im BGB, digitale Produkte. Was das ist, schauen wir uns gleich noch ganz in Ruhe an. Zunächst einmal ganz wichtig von der systematischen Einordnung. Wir reden hier also offenbar nicht über einen neuen Vertragstypus. Dann hätte der Gesetzgeber das ja im Schuldrecht BT bei den einzelnen Verträgen regeln müssen, sondern wir reden hier über typenübergreifende Bestimmungen. Und zwar ganz bewusst ist das so entschieden worden durch den Gesetzgeber, denn solche digitalen Produkte, die können in verschiedensten Vertragskonstellationen auftauchen. Das versetzt uns Rechtsanwender zunächst einmal in die Situation, entscheiden zu müssen, ob das, was wir hier als Vertrag vorfinden, einem bestimmten typischen Vertrag zugeordnet werden kann. Also etwa einem Kaufvertrag oder einem Mietvertrag oder einem Dienstvertrag. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir, wie sonst auch im Zivilrecht, mit anderen Werkzeugen an die Sache herangehen, nämlich mit den Grundsätzen entweder über gemischt typische Verträge oder aber, wenn nichts davon hilft, auch mit den Grundsätzen über atypische Verträge. Diese Gesetzessystematik hat Auswirkungen, und zwar in der Weise, dass wir also die § 327 fortfolgende BGB quasi vor die Klammer gezogen als allgemeine Vorschriften zu betrachten haben und es dann jeweilige Vertragstypen geben kann, die durch diese Vorschriften beeinträchtigt, modifiziert, vielleicht sogar überlagert werden. Und deshalb musste der Gesetzgeber auch bei bestimmten Vertragstypen ebenfalls ansetzen. Das hat er getan. Er hat nämlich im Kaufrecht, im Schenkungsrecht, im Mietrecht und auch im Werkrecht Spezialvorschriften geschaffen, die sich mit diesen neuen Vorschriften und deren Abgrenzung zu den besonderen Vorschriften im Schuldrecht BT befassen. Die wollen wir uns jetzt nicht alle im Einzelnen ansehen. Ich habe sie dir hier mal aufgeführt. Du schaust sie dir bitte in aller Ruhe an. Zunächst einmal wollen wir uns einen Überblick verschaffen, was sind denn nun eigentlich die Regelungsbereiche dieser neuen Vorschriften. Wir brauchen erstmal so eine Art Programm, an dem wir uns danach dann gleich gemeinsam abarbeiten können. Zunächst einmal die 327 und 327a BGB, die befassen sich mit dem Anwendungsbereich dieser neuen Vorschriften. 327b und 327c BGB, die haben dann die Bereitstellung digitaler Produkte zum Gegenstand. Die 327d bis 327h BGB befassen sich mit der Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte und daran anknüpfend, wie sollte es anders sein, 327i bis 327p, die Frage, welche Rechte hat eigentlich der Verbraucher, wenn das digitale Produkt mangelhaft ist. 327k und 327j haben dann noch Spezialvorschriften zur Beweislastumkehr und zur Verjährung für uns parat. Und der 327r BGB, der befasst sich mit nachträglichen Änderungen an digitalen Produkten. 327u BGB hat dann noch etwas zum Rückgriff des Unternehmers zu sagen. Jetzt wird es schon spezieller und sehr, sehr speziell und zum Glück, so meine Prognose nicht klausurrelevant, ist dann der 327q BGB, der befasst sich nämlich mit dem Verhältnis zum Datenschutzrecht, aber wenn das Datenschutzrecht als solches schon gar nicht in Klausuren auftaucht, dann wird wohl erst recht keine Vorschrift zum Gegenstand von Klausuren werden, die sich mit der Abgrenzung der 327 fortfolgende zu dem sonstigen Datenschutzrecht beschäftigt. Das dürfen wir also gedanklich zum Glück ausklammern. Deine Frage wird lauten, wo liegt denn jetzt hier der Schwerpunkt? Meine Prognose lautet, mit der Vertragsmäßigkeit der digitalen Produkte und den Rechten des Verbrauchers bei Mängeln werden wir uns schwerpunktmäßig zu beschäftigen haben. Das ist ja auch sonst so, dass das Leistungsstörungsrecht, das Gewährleistungsrecht besondere Bedeutung in Übungs- und Ernstklausuren hat. Wollen wir uns aber trotzdem zunächst einmal mit der ersten Fragestellung näher beschäftigen, nämlich mit dem Anwendungsbereich der § 327 fortfolgende BGB. Da gibt es zunächst einmal einen Grundfall und den beschreibt § 327 Absatz 1 Satz 1 BGB. Du schlägst den mal auf und ich lese ihn dir trotzdem vor. Die Vorschriften dieses Untertitels, also die § 327 fortfolgende BGB, sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, welche die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistung, Klammer auf, digitale Produkte, Klammer zu, durch den Unternehmer gegen Zahlung eines Preises zum Gegenstand haben. Aha, wir brauchen also zunächst einmal einen Verbrauchervertrag. Was das ist, steht in § 310 Absatz 3 BGB. Wir brauchen einen Vertrag, ob der zustande gekommen ist, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften der § 145 fortfolgende BGB und wir brauchen eine B2C-Konstellation, also die Situation, dass ein Unternehmer im Sinne von 14 BGB an einen Verbraucher im Sinne von 13 BGB leistet. Und dann, negative Voraussetzung, es darf kein Fall von § 327 Absatz 6 BGB vorliegen. Dort wird katalogartig eine ganze Latte an Fällen aufgezählt, wo die Vorschriften der § 327 fortfolgenden BGB nicht zur Anwendung gelangen sollen. Da ist kein Spezialwissen erforderlich, liest ihr das mal in Ruhe durch. Das können wir an dieser Stelle kurz und knapp halten. Dort sind eben die Negativfälle aufgeführt. Zweites Element dieses Grundfalls nach § 327 Absatz 1 BGB ist, dass digitale Produkte bereitgestellt werden müssen. Aus § 327 Absatz 1 Satz 1 können wir zunächst einmal nur entnehmen, dass der deutsche Gesetzgeber den Begriff der digitalen Produkte als Oberbegriff für die Fälle digitale Inhalte und digitale Dienstleistung verwendet hat. Aber was das nun ist, diese Unterkategorien, das sagt uns der Absatz 1 nicht. Naja, Vorschuld ist ja ein bisschen länger. Es gibt noch weitere Absätze. Wir sind im Absatz 2. Dort heißt es in Satz 1, digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. Und in Abgrenzung dazu sind § 327 Absatz 2 Satz 2 BGB digitale Dienstleistungen. Solche Dienstleistungen, die dem Verbraucher erstens die Erstellung, die Verarbeitung oder die Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen oder Ziffer 2, die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der entsprechenden Dienstleistungen in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstigen Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen. Aha, da brauchen wir, glaube ich, mal konkrete Beispiele, um klar vor Augen zu haben, was der Gesetzgeber da meint. Fangen wir mal an mit den digitalen Inhalten. Damit ist etwa die Bereitstellung einer Audio-Datei oder einer Software zum Download gemeint. Und bei den digitalen Dienstleistungen, das ist ein bisschen weiter gefasst, das wäre etwa die Bereitstellung von Cloud-Speicherplatz oder bestimmte Formen des Datei-Hostings, das Video-Streaming, übrigens auch soziale Netzwerke, also Facebook, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. Das sind also Fälle, die unter dem großen Überbegriff der digitalen Produkte hier zusammengefasst und vom BGB jetzt ausdrücklich erfasst sind. Jetzt müssen diese digitalen Produkte ja auch bereitgestellt werden und mit dieser Bereitstellung beschäftigen sich dann 327b Absatz 3 und Absatz 4. Wollen wir uns auch diese Vorschriften mal ansehen, wieder gleiches Spiel, du schlägst sie auf und ich lese sie dir trotzdem vor. Der Absatz 3 sagt, Ein digitaler Inhalt ist bereitgestellt, sobald der digitale Inhalt oder die geeigneten Mittel für den Zugang zu diesem oder das Herunterladen des digitalen Inhalts dem Verbraucher unmittelbar oder mittels einer von ihm hierzu bestimmenden Einrichtung zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht worden ist. Aha. Und die Bereitstellung der digitalen Dienstleistung, die ist dann in Absatz 4 geregelt, eine digitale Dienstleistung ist bereitgestellt, sobald die digitale Dienstleistung dem Verbraucher unmittelbar oder mittels einer von ihm hierzu bestimmten Einrichtung zugänglich gemacht worden ist. Du siehst also, die neuen Vorschriften, die sind recht geschwätzig. Da ist sehr, sehr viel geregelt, eine sehr viel höhere Regelungsdichte, als wir das vielleicht aus vielen anderen alten klassischen Vorschriften aus dem deutschen Recht kennen. Das heißt, du musst irgendwie deutlich weniger auswendig lernen, keine Definition, sondern du findest die schon im Gesetz und es geht eben darum, systematisch diese Vorschriften anzuwenden und unter sie zu subsumieren. Also, wenn du so willst, durchaus eine Erleichterung für den Rechtsanwender und damit auch für dich in Klausurkonstellation. Aber wollen wir wieder zurück zum 327.1.1 BGB, das ist ja unsere Überschrift und ein drittes Element fehlt noch, nämlich die Gegenleistung des Verbrauchers. Was soll der machen als Gegenleistung dafür, dass ihm digitale Produkte durch den Unternehmer bereitgestellt werden? Er soll einen Preis zahlen. Naja, das klingt erstmal unspektakulär, muss er halt eben Geld zahlen. Ja, das ist möglich, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, als Preis zu gelten. Es gibt nämlich auch die Möglichkeiten der Wertdarstellungen, und zwar das sowohl in analoger als auch in digitaler Form. Fangen wir vielleicht einmal an mit den analogen Darstellungen. Das wären etwa Geschenkgutscheine oder Rabatt- oder Treuepunkte, die dort eingelöst werden. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit der digitalen Darstellung eines Wertes. So steht es in 327 Absatz 1 Satz 2. Das wären etwa E-Coupons oder, kommt ja immer mehr in Mode, Bitcoins. Auch damit kann bezahlt werden. Also durchaus moderne Form der Preiszahlung. Und jetzt kommt etwas, was sogar noch darüber hinausgeht und vielleicht auf den ersten Blick überrascht, aber die Lebenswirklichkeit sehr gut abbildet. Nämlich der 327 Absatz 3 BGB. Auch den wollen wir uns mal vor Augen führen. Ich lese ihn dir wieder vor. Die Vorschriften dieses Untertitels, also wiederum die 327 fortfolgende BGB, sind auch auf Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler Produkte anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich zu deren Bereitstellung verpflichtet. Das klammern wir mal gedanklich kurz aus. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit des Bezahlens mit Daten. Ich muss als Verbraucher nicht zwingend entweder eine Wertdarstellung preisgeben oder Realgeld zahlen, sondern schon die zur Verfügungstellung meiner personenbezogenen Daten ist als Preis anzusehen, ist als hinreichende Gegenleistung für die Bereitstellung digitaler Produkte anzusehen. Soweit zum Grundfall des 327 Absatz 1 BGB. Es gibt auch noch ein paar Sonderfälle und auch mit denen wollen wir uns beschäftigen. Fangen wir mal an mit 327 Absatz 4. Dort heißt es, die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, die digitale Produkte zum Gegenstand haben, welche nach den Spezifikationen des Verbrauchers entwickelt werden. Ich habe das hier mal maßgeschneiderte digitale Produkte genannt. Was ist damit gemeint? Damit ist etwa eine nach den konkreten Vorgaben des Verbrauchers angefertigte Datei gemeint. So etwas wäre dann als digitales Produkt anzusehen, das nach den Spezifikationen des Verbrauchers hergestellt wird. Wenig überraschend, dass solche Fälle auch umfasst sind. Dann aber wird es schon etwas spezieller. In Absatz 5 heißt es dann nämlich, die Vorschriften dieses Untertitels sind mit Ausnahme der Paragraphen 327 B und 327 C BGB auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, welche die Bereitstellung von körperlichen Datenträgern, die ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dienen, zum Gegenstand haben. Eine komplementäre Vorschrift im Kaufrecht findest du übrigens in Paragraph 475 a Absatz 1 BGB. Worum geht es? Stell dir, nehmen wir euch mal das Beispiel des Kaufes vor, du kaufst eine Musik-CD. Da dient die CD ja ausschließlich als Träger dieser digitalen Inhalte. Und es kann, was die Rechtsanwendung betrifft, ja keinen Unterschied machen, ob du entweder ein solches Lied dir runterlädst oder es streamst und es dann zum Beispiel auf deinem Smartphone anhörst. Oder aber, ob du dir eine CD irgendwo im Supermarkt kaufst und dann hinterher diese CD in deinen CD-Player reinschiebst und das Lied hörst. Denn die CD als solche hat in so einem Fall für dich ja keinen Mehrwert. Sie dient ausschließlich als Box, als Träger dieser digitalen Inhalte. Und dementsprechend sagt der 327 5 und gleichermaßen, wie gesagt, der 475 a Absatz 1 BGB, dass du in solchen Fällen eben gleichermaßen den Fall nach 327 fortfolgenden BGB behandeln sollst. Das können wir durchaus noch verkraften. Dann, das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, sagt der 327 a Absatz 1 BGB, dass die 327 fortfolgende BGB auch Relevanz haben sollen für sogenannte Paketverträge. Was ist das denn nun wieder? Schauen wir mal rein. Der 327 a Absatz 1 Satz 1 sagt, die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, die in einem Vertrag zwischen denselben Vertragsparteien, wichtig, ein Vertrag, selbe Vertragsparteien, neben der Bereitstellung digitaler Produkte, die Bereitstellung anderer Sachen oder die Bereitstellung anderer Dienstleistungen zum Gegenstand haben. So ist dort der Paketvertrag legal definiert. Dann soll aber nicht auf den gesamten Paketvertrag der Bereich 327 fortfolgende BGB zur Anwendung kommen. Wie das im Einzelnen funktioniert, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Und ebenfalls genauer schauen wir uns gleich an, was da in 327 a Absatz 2 in Abgrenzung zu 327 a Absatz 3 BGB geregelt ist. An dieser Stelle erstmal der Wortlaut und dann füllen wir das gleich mit Inhalt. Absatz 2 sagt, die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge über Sachen anzuwenden, die digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind. Aber Absatz 3 Satz 1 Absatz 2 gilt nicht für Kaufverträge über Waren, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können. So werden definiert die Waren mit digitalen Elementen. Das heißt, offenbar ist danach zu differenzieren, wie eng und wie funktionserhaltend oder auch nicht die digitalen Produkte mit der sonstigen, mit der analogen Ware verbunden sind. Aber wie gesagt, das wollen wir uns mal genauer ansehen und zwar in Gestalt einer neuen Übersicht. Da geht es nämlich um die Abgrenzung der § 327 ff. BGB zum Kaufrecht. Das wird ein klausurrelevantes Thema sein. Fangen wir mal klein an. Das hier kennen wir schon. Der Verbrauchervertrag über digitale Produkte § 327.1.1 BGB. Dazu mal ein Beispiel. Das kennst du schon. Also etwa Download einer Software, einer Video- bzw. Audiodatei. Da sind wir im unmittelbaren Anwendungsbereich der § 327 ff. BGB. Und wir haben auch schon gesehen, dass der Verbrauchervertrag über einen körperlichen Datenträger, der ausschließlich dem Transport dieser digitalen Produkte dient, also etwa eine Software auf CD-ROM, eine Film-DVD oder aus dem Beispiel eben gerade eine Musik-CD, dass solche Fälle ebenfalls in den Anwendungsbereich der § 327 ff. BGB fallen soll. Das sagen gleichermaßen § 327 Absatz 5 BGB allgemein und für den Fall des Verbrauchsgüterkaufs auch noch mal der § 475 Absatz 1 BGB. Nun hatten wir ja gerade schon die Definition des Paketvertrages gehört. § 327 Absatz 1 BGB, den wollen wir uns vorstellen. Also brauchen wir auch hier ein Beispiel. Nimm das Beispiel des Kaufes einer Spielekonsole und innerhalb ein und desselben Vertrages zwischen ein und denselben Parteien vereinbart man zugleich, dass auch digitale Spiele zur Verfügung gestellt werden. Welche Vorschriften sollen denn nun in solchen Fällen zur Anwendung gelangen? Da hilft uns der § 327 Absatz 1 Satz 2 BGB weiter. Den habe ich eben gerade ausgespart, deswegen lese ich ihn dir jetzt vor. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt, sind die Vorschriften dieses Untertitels, also noch mal die Vorschriften § 327 ff. BGB, jedoch nur auf diejenigen Bestandteile des Paketvertrags anzuwenden, welche die digitalen Produkte betreffen. Das heißt, wenn wir hier das Beispiel eines Kaufvertrages nehmen, dann würde hinsichtlich des analogen Kaufgegenstandes, also in unserem Beispiel hier hinsichtlich der Spielekonsole, das Kaufrecht Anwendung finden, also insbesondere die § 475 ff. BGB, das Verbrauchsgüterkaufrecht, und nur hinsichtlich der digitalen Spiele als digitales Produkt die Vorschriften der § 327 ff. BGB. Das kriegt man gehandelt. Nächste Kategorie, die hat der § 327 Absatz 2 für uns parat. Worum geht es? Holen wir uns das noch mal kurz vor Augen. Den Gesetzeswortlaut kennen wir schon. Es geht um Verbraucherverträge über Waren mit solchen digitalen Produkten, die entbehrlich sind, die also nicht benötigt werden, damit der Gegenstand, damit die Ware ihre Grundfunktion erfüllen kann. Das findet sich nicht nur in § 327 Absatz 2, sondern das findet sich auch im Kaufrecht, nämlich im Verbrauchsgüterkaufrecht in § 475 Absatz 2 BGB, eine Gegenvorschrift, die gleichen Inhalt hat. Da brauchen wir auch wieder ein Beispiel, um uns das klar vor Augen zu führen. Nimm einen smarten Kühlschrank, und zwar mit Bestellfunktion. Solche tollen Dinge gibt es. Du bist unterwegs, bekommst auf dein Smartphone die Nachricht von deinem smarten Kühlschrank geschickt, dass die Milch alle isst und du auf dem Heimweg noch mal beim Supermarkt halten und drei Liter Milch nachkaufen sollst, damit der Sensor im Kühlschrank wieder zufrieden ist. Dann sollen wir in solchen Fällen differenzieren. Da steht nämlich in § 327 Absatz 2 Satz 2, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt, sind die Vorschriften dieses Untertitels jedoch nur auf diejenigen Bestandteile des Vertrags anzuwenden, welche die digitalen Produkte betreffen. Das heißt, wir haben die Situation, dass ein analoger Gegenstand seine Grundfunktion auch ohne das digitale Produkt erfüllen kann. Selbst wenn diese Bestellfunktion fehlerhaft ist, nicht funktioniert, kann der Kühlschrank ja immer noch seiner Grundfunktion gerecht werden, nämlich Lebensmittel zu kühlen. Und deswegen sind wir im Anwendungsbereich des § 327 Absatz 2. Und dort sagt der Satz 2, dann wendest du bitte hinsichtlich des analogen Gegenstandes, also wenn wir einen Kaufvertrag haben, die allgemeinen Vorschriften § 475 ff. BGB an und hinsichtlich dieses digitalen Produkts, da sollst du dann die § 327 fortfolgende BGB anwenden. Das heißt, eine ähnliche Aufsplittung der anwendbaren Vorschriften, die wir auch beim Paketvertrag vorfinden, das sind die Fälle des § 327 Absatz 2. Nun wird aber ja dort ausdrücklich gesagt, soweit nichts anderes bestimmt ist und so eine andere Bestimmung, die finden wir eben in § 327 Absatz 3 Satz 1 BGB. Nochmal, dort sind geregelt, Kaufverträge über Waren, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktion ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können. Das sind die Waren mit digitalen Elementen, so sind die dort legal definiert. Da brauchen wir auch mal ein Beispiel, um uns das vorstellen zu können. Nimm das Smartphone ohne funktionierendes Betriebssystem. Du kannst dein Handy, wenn das Betriebssystem nicht funktioniert, eigentlich nur als Wurfgeschoss verwenden, aber da kannst du nicht mal mehr telefonieren und dementsprechend wäre das mal ein Fall, wo der analoge Gegenstand Smartphone ohne das digitale Element, ohne das funktionierende Betriebssystem gar nicht in seiner Grundfunktion zu nutzen ist. Und in so einem Fall hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, dass dann nicht etwa die § 327 fortfolgende BGB zur Anwendung kommen sollen, sondern die kaufrechtlichen Vorschriften, dann sind wir im Anwendungsbereich, insbesondere des Verbrauchsgüterkaufrechts, also im Bereich der § 475 fortfolgende BGB unterwegs. Puh, das war erstmal ein langer Einstieg, damit wir überhaupt wissen, auf welche Fälle wir diese Vorschriften, diese § 9.327 fortfolgende BGB überhaupt anwenden sollen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und beschäftigen uns mal mit den Pflichten des Unternehmers. Was muss der machen? Der muss die digitalen Produkte bereitstellen, § 327b BGB, dann soll er das auch frei von Mängeln tun, also vertragsmäßig, das sind die § 327d fortfolgende BGB, und er darf nachträgliche Änderungen an digitalen Produkten nur in demjenigen Umfang vornehmen, wie es der § 327b BGB gestattet. Es gibt also drei große Kategorien von Pflichten des Unternehmers. Versuchen wir die mal begrifflich im Sinne des allgemeinen Leistungsstörungsrechts zu kategorisieren. Wenn der Unternehmer die digitalen Produkte entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung schon gar nicht bereitstellt, dann haben wir einen Fall der Nichtleistung, wenig überraschend. Und wenn er die bereitstellt, die aber in Anführungszeichen schlecht sind, ja, dann haben wir eben eine Schlechtleistung. Das sind Kategorien, die kennen wir. Was aber machen wir mit dem Vorwurf, er hätte nachträglich die Produkte in einer Art und Weise geändert, wie er es gar nicht durfte? Da müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wozu führt das denn? Das führt ja nicht dazu, dass gar nichts geleistet worden ist, sondern es führt dazu, dass nachträglich etwas zunächst einmal Gutes, in Anführungszeichen, schlecht wird. Und deswegen ist das eigentlich so eine Art Spezialfall einer nachträglichen Schlechtleistung. Jetzt haben wir das Ganze kategorisiert. Dogmatische Interessen sind befriedigt, aber daraus müssen wir jetzt irgendwie auch Honig für die Fallbearbeitung saugen. Die Frage also, welche Rechte des Verbrauchers werden dadurch eigentlich ausgelöst? Fangen wir mal mit 327b. Fangen wir mal mit dem Fall der ausgebliebenen Bereitstellung an. Damit beschäftigt sich der 327c BGB. Den liest du dir mal in Ruhe durch. Das brauchen wir jetzt in diesem Crashkurs nicht komplett zusammen machen. In jedem Fall können wir aber mal Folgendes ganz grob festhalten. Es gibt die Möglichkeit der Vertragsbeendigung und es gibt die Möglichkeit des Schadensersatzes und des Aufwendungsersatzes. Einzelheiten sind, böse formuliert, fast schon idiotensicher, in 327c BGB geregelt. Vor allen Dingen haben wir hier, was Schadensersatz und ersatzvergebliche Aufwendung betrifft, den großen Vorteil, dass auf das Schuldrecht AT verwiesen wird. Das kennst du alle schon, also 280, 281 und 284 BGB. Damit brauchen wir uns an dieser Stelle zum Glück nicht beschäftigen. Ganz kleine Ergänzung vielleicht, was heißt eigentlich Vertragsbeendigung? Das ist ein neuer Begriff, den kennen wir so gar nicht. Wir haben ja hier die Situation, dass wir ein Schuldverhältnis haben, was sowohl Elemente des anfänglichen einmaligen Leistungsaustausches umfasst, als auch eine gewisse Dauerhaftigkeit, insbesondere, da schauen wir uns gleich nochmal an, wenn es um fortlaufende Aktualisierungen des digitalen Produkts geht, also Elemente eines Dauerschuldverhältnisses. Und deswegen musste man irgendwie einen Oberbegriff kreieren, der beide Situationen, also quasi Rücktritt, 323 fortfolgende, und Kündigung 314 BGB gleichermaßen umfasst. Und da hat sich eben der deutsche Gesetzgeber für den Begriff der Vertragsbeendigung als einen solchen Oberbegriff entschlossen, der beide Elemente umfasst. Wenn wir einen Fall der Schlechtleistung haben, das werden deine Klausurfälle werden, dann geht es um die Mängelrechte, die sind im Einzelnen in 327i fortfolgende BGB geregelt. Da müssen wir gleich mal einen genaueren Blick drauf werfen, da nehmen wir uns gleich noch ein bisschen Zeit für. Und die Vertragsbeendigung, mit der ich eben gerade schon begrifflich jongliert habe, die spielt dann auch eine Rolle, wenn es eine nachträgliche Änderung an digitalen Produkten gibt. Einzelheiten sind da in 327i R BGB geregelt. Auch da mein Appell, lies mal in Ruhe die Vorschriften, die sind, wie gesagt, sehr geschwätzig. Da ist sehr detailliert geregelt, was von dir verlangt wird, kannst du prima subsumieren. Aber wir wollen natürlich unser Augenmerk genau auf den Bereich werfen, der für dich klausurrelevant ist. Und das werden Klausuren sein, die sich mit den Mängelrechten des Verbrauchers beschäftigen. Da gucken wir mal genauer hin. Zunächst einmal, wann ist denn eigentlich ein digitales Produkt vertragsmäßig? Oder umgekehrt, wann leidet es an einem Mangel? Da hilft uns zunächst einmal als Grundvorschrift die Vorschrift des 327d BGB weiter. Überschrift Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte. Ist der Unternehmer durch einen Verbrauchervertrag gemäß § 327 oder § 327a BGB zur Bereitstellung eines digitalen Produkts verpflichtet? So hat er das Produkt frei von Produkt- und Rechtsmängeln im Sinne der § 327e bis § 327g bereitzustellen. Das heißt, vertragsmäßig meint nach der Diktion des Gesetzes frei von Produkt- und Rechtsmängeln. Wir werden gleich sehen, dass sogar noch ein drittes Element dazukommt. Fangen wir aber zunächst einmal mit dem Produktmangel an. 327e sagt uns im Einzelnen, was darunter zu verstehen ist. Absatz 1 Satz 1 sagt, das digitale Produkt ist frei von Produktmängeln, wenn es zur maßgeblichen Zeit nach den Vorschriften dieses Untertitels den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Anforderungen an die Integration entspricht. Es gibt also subjektive Anforderungen, objektive Anforderungen und Integrationsanforderungen. Und das Tolle ist, die gelten alle gleichermaßen. Wenn irgendeine dieser Anforderungen nicht erfüllt ist, dann haben wir insgesamt einen Produktmangel. Und dann ist das Gesetz ganz systematisch aufgebaut. Du kannst also in jedem Absatz etwas dazu lesen. Ähnlich wie wir das auch im Kaufrecht, insbesondere im neuen Kaufrecht kennen, das wir uns ja auch so berat nochmal anhand eines Querschkurses ansehen wollen. Das Einzige, was hier so ein kleines bisschen wackelig von der Begrifflichkeit her ist, ist, was verstehen wir denn eigentlich unter Integrationsanforderungen? Der Absatz 4 sagt, soweit eine Integration durchzuführen ist, entspricht das digitale Produkt den Anforderungen an die Integration, wenn die Integration sachgemäß durchgeführt worden ist oder zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Integration durch den Unternehmer noch auf einem Mangel in der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung beruht. Aha, wirst du sagen, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was ich unter dem Begriff der Integration zu verstehen habe. Ja, dann liest ein Stück weiter, dann wird auch ein Schuh draus. Da steht nämlich dann folgendes, Integration ist die Verbindung und die Einbindung eines digitalen Produkts mit den oder in die Komponenten und der digitalen Umgebung des Verbrauchers, damit das digitale Produkt gemäß den Anforderungen nach den Vorschriften dieses Untertitels genutzt werden kann. Aha, ich muss also das digitale Produkt mit dem Umfeld so verbinden können, dass es zusammen mit seinem Umfeld funktioniert. Das ist vereinfacht gesagt das, was in § 327e Absatz 4 BGB etwas kryptisch zum Ausdruck kommen soll. Ich hatte ja gerade gesagt, dass neben kein Produktmangel und kein Sachmangel auch noch ein drittes Element zur Vertragsmäßigkeit hinzuzuzählen ist und dieses Element ist in § 327e Absatz 4 BGB näher beschrieben. Da geht es nämlich um Aktualisierung. Da heißt es in Absatz 1 Satz 1, Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass dem Verbraucher während des maßgeblichen Zeitraums Aktualisierungen, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des digitalen Produkts erforderlich sind, bereitgestellt werden und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert wird. Wir stellen also zunächst einmal fest, dass der Vertrag über digitale Produkte Elemente eines Dauerschuldverhältnisses enthält und während des jeweiligen Zeitraums muss der Unternehmer dann Updates und auch Upgrades zur Verfügung stellen und der Satz 2 in § 327f Absatz 1 sagt uns dann, zu den erforderlichen Aktualisierungen gehören auch Sicherheitsaktualisierungen. Jetzt wirst du dich fragen, was ist denn nun der maßgebliche Zeitraum im Sinne des Absatzes 1 Satz 1? Auch da hilft uns das Gesetz weiter, nämlich in Satz 3. Da heißt es, der maßgebliche Zeitraum nach Satz 1 ist bei einem Vertrag über die dauerhafte Bereitstellung eines digitalen Produkts, der Bereitstellungszeitraum und in allen anderen Fällen der Zeitraum, den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des digitalen Produkts und unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrages erwarten kann. Wir müssen dann also einzelfallabhängig schauen, für welche Dauer man hier Aktualisierung erwarten kann. Da kommt es insbesondere auf den üblichen Lifecycle und vor allen Dingen auch auf den Wert des jeweiligen Gegenstandes an. Und zu guter Letzt darf kein Rechtsmangel vorliegen. Der § 327g BGB sagt es ausdrücklich, das digitale Produkt ist frei von Rechtsmängeln, wenn der Verbraucher es gemäß den subjektiven oder objektiven Anforderungen nach § 327g Absatz 2 und § 3 BGB nutzen kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen. Da geht es also insbesondere um Immaterialgüterrechte Dritter. So weit, so gut. Jetzt wissen wir, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit das digitale Produkt vertragsmäßig ist. Wir wissen aber noch nicht, was passiert, wenn es einmal nicht vertragsmäßig ist. Wenn das der Fall ist, dann gibt es eben bestimmte Rechte des Verbrauchers, wenn so ein Mangel vorliegt. Und die sind im Einzelnen in § 327g fortfolgende BGB aufgeführt. Die brauchen wir jetzt nicht alle durchlesen, die Vorschriften. Mir ist erst einmal wichtig im Rahmen dieses Crashkurses, dass du einen systematischen Überblick bekommst und Spaß und Lust daran gewinnst, mit diesen Vorschriften auch zu arbeiten. Und da finden wir zunächst einmal eine programmatische Vorschrift, die die Rechte des Verbrauchers bei Mängeln aufzählen. Nämlich in § 327i BGB eine Gesetzessystematik, die du auch aus dem Kaufrecht kennst. Nimm in § 437 BGB. Da sind ja auch zunächst einmal die einzelnen Gewährleistungsrechte des Käufers aufgeführt. Und so macht es eben hier der § 327i BGB auch für den Abschnitt § 327 fortfolgende BGB. Da heißt es nämlich, ist das digitale Produkt mangelhaft, kann der Verbraucher, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen, erstens nach § 327i L BGB Nacherfüllung verlangen. Und aus den nachfolgenden Vorschriften wird dann ersichtlich, dass wir auch hier, ähnlich wie im Kaufrecht, ein Primat in Form der Nacherfüllung haben. Er kann nach § 327m Absatz 1, 2, 4 und 5 den Vertrag beenden oder nach § 327n den Preis mindern. Also zweite Kategorie, die Vertragsbeendigung oder die Preisminderung, § 327n BGB. Und er kann zu guter Letzt nach § 280 Absatz 1 oder § 327m Absatz 3 BGB Schadensersatz oder nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendung verlangen. Wir haben also innerhalb der zweiten und der dritten Kategorie jeweils ein Alternativitätsverhältnis. Oder, wichtig, ähnlich wie bei § 437 im Kaufrecht, zwischen den Fällen der zweiten und der dritten Kategorie gibt es dann aber ein kumulatives Verhältnis. Das heißt, ein Unverhältnis. Man kann sowohl das eine als auch das andere geltend machen. Dann gibt es, ähnlich wie im Kaufrecht, auch noch Spezialvorschriften zur Beweislastumkehr und zur Verjährung. Zunächst einmal der § 327k BGB, der eine Beweislastumkehr, ähnlich wie der § 477 BGB, im Verbrauchsgüterkaufrecht für uns parat hat. Lies es dir durch, nichts Spektakuläres. Und dann gibt es auch eine von den allgemeinen Vorschriften abweichende Sondervorschrift für die Verjährung, ähnlich wie der § 438 BGB im Kaufrecht. Und da wollen wir uns zunächst vor Augen führen, was kann eigentlich verjähren? § 194.1 BGB sagt, Ansprüche können verjähren. Damit ist gemeint, nur Ansprüche, also das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Und das trifft ja nur auf die erste und auf die dritte Kategorie zu, also auf den Nacherfüllungs-, den Schadensersatz- und den Aufwendungsersatzanspruch. Da findest du dann in Absatz 1 bis Absatz 4 des § 327j Spezialregelungen. Aber bei der Vertragsbeendigung und bei der Preisminderung, da haben wir ja gar keinen Anspruch, sondern da haben wir Gestaltungsrechte. Und Gestaltungsrechte als solche können nicht verjähren. Denn, nochmal, das sind ja keine Ansprüche. Das sind ja keine Fälle von 194.1 BGB. Aber, wiederum ähnlich wie im Kaufrecht geregelt, wir haben in § 327j Absatz 5 einen Verweis auf § 218 BGB. Und demgemäß gilt so eine Art mittelbare Verjährung. Das heißt nämlich, dass Vertragsbeendigung und Preisminderung nicht mehr möglich sind, wenn der zugrunde liegende Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. So folgt es dann aus § 218 BGB. So weit, so gut. Gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen uns, was haben diese neuen Vorschriften für uns also insgesamt parat. Sie sind sehr geschwätzig. Es gibt sehr viel, was da geregelt ist. Aber wir können ganz deutlich das Fazit ziehen, das sind keine Vorschriften, vor denen man Angst haben müsste. Wir haben eine klare Gesetzessystematik. Wir haben die Situation, dass wir die Vorschriften immer schön von oben nach unten durchprüfen können. Wir haben eine sehr hohe Regelungsdichte mit der Folge, dass wir nicht viel auswendig lernen müssen, sondern schlicht und ergreifend unter die Vorschriften subsumieren müssen. Also allgemeines juristisches Handwerkszeug, das beherrschst du. Und den ersten Überblick, den hast du jetzt auch an der Hand. Also keine Angst vor den neuen Vorschriften. Es wird dir gelingen, sie auf die dir zur Verfügung gestellten Sachverhalte anzuwenden.